Es synapsiert schon wieder, Glaubwürdigkeit. Die Kanzlerin hat nachweislich mit unserem sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Villig auf Wahlkundgebungen verkündet. Der Herr ist mein Zeuge. Nur was vorher erarbeitet wurde, kann dann auch verteilt werden. Da habe ich gedacht, Uwe, das hast du doch auch schon mal gehört. Wie hieß denn das bei uns? Dann fiel es mir ein. Das ist die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Schön, dass Sie ihn erkannt haben. Denn nur was vorher erarbeitet wurde, kann dann auch verteilt werden. Originaltext Erich Honecker am 1. Oktober 1989. Vielleicht sollte irgendjemand Angela Merkel mal sagen, sie soll ihre Reden nicht selber schreiben. Es gibt noch Überlebende der Wende. Macht's gut. Nein.